Möhre, meinen Schleim mache ich, ich tobe Wurr vor der Tür. Wir brauchen nur noch das Geld einsammeln zu gehen. Ja, das stimmt. In der Kiste sind auch zwei Höhlenforscher-Tränke. Was? 45 Wurfmesser. Was machen die nochmal? Die Höhlenforscher-Tränke. Das zeigt den Fundort von Schätzen und Erzen für 5 Minuten. Dann sind hier Domino-Pfeile auch drin. Oh, die sind cool. Genau, die Flair und eine Flair-Gun sind da drin. Und 6 Goldbarren halt. Aber das Herz, ich glaube, da können wir noch nicht viel mit machen, ehrlich gesagt. Achtung, du musst gleich zurückgehen, ne? Ja, ich sehe es schon, dass der Typ da kommt. Ich habe mich verlaufen. Was schießt denn hier auf mich? Warte mal, wo? Ah! Oh, scheiße! Was war denn jetzt los? Ach, ich war vergiftet. Sonst musst du gucken, dass du ungefähr an der Karte, ähm, da, äh, dich daran orientierst. Ah, Elmuth! Elmuth! Ich weiß noch nicht, sehe ich, sehe ich denn, wo ihr seid? Sehe ich denn, wo ihr seid? Ja. Oh, oh. Oh, was ist denn? Er wollte mich hier abbomben, er war dankbar ein. Puh, aber das ist das erste Mal, dass ich gerade gestorben bin, da bin ich auf Bomben gestiegen. Wir sind direkt... Was? Ich verstehe das nicht. Wo seid ihr? Oh, nein, oh nein, die Tür ist noch offen. Die Medusa, die Medusa! Jetzt ist die unten. sind wir vorhin durchs wasser einfach mal gegangen wir sind irgendwann runtergegangen du bist auf jeden Fall auf ja doch du musst da runter weil das ist leider der Weg der jetzt durchflutet ist das glaube ich nicht Goldbarren erstmal alles einsacken genau da runter ach nee das ist kein Wasser warte mal da jetzt musst du geh mal wieder zurück da ist irgendwie so ein L aus Erde gebaut in der Luft irgendwo genau da musst du jetzt runter und dann hältst du irgendwie so ein bisschen weiter rechts dann musst du durch du gehst jetzt quasi links da ist ja diese Spinnenhülle da da gehst du weiter runter und dann immer weiter rechts halten ja aber ich sterbe gerade gegen diese Spinne ok ich hab gewonnen aber nur noch ein Herzchen frei das ist nicht gut boah wie viele Wildermäuse sind hier also wirklich das beste was wir je gefunden haben das waren diese Kumpelglibber Kumpelglibber Marathon Medallist was ist das hast du gerade auch ein Achievement gekriegt das hatte ich schon vorher immer mal gekriegt alter Streber ich will mal zu diesem Herz da hoch ich hoffe nicht dass wir sterben oh ne ich sterbe jetzt das wird irgend so ein wie so ein kleines Schaf von der Decke gefallen aber uns kann nichts passieren unsere Schleime ja richtig sind echt genial so ich stehe jetzt wieder auf Eis ich baue aber Gold erst mal Jungens wo seid ihr? hier ist dunkel erst mal Eisenbahn fahren ganz nach rechts bis es nicht mehr geht und dann da bin ich gerade deswegen das wurde da so dunkel genau und dann und dann immer immer rechts gehen dann dann kommst du irgendwann merkt auf uns zu ja dann bist du doch genau tadaa moin Alter was ist das denn? oh du siehst ganz schön lädiert aus ja sag ich ja ich glaube das kriegen wir nicht abgebaut vor allem da drüber ist noch ein Herz siehst du das? ja ich glaube das kriegen wir noch nicht abgebaut ah schade ich weiß auch ehrlich gesagt nicht was das ist also das sollten wir vielleicht so äh nächstes mal rausfinden ja gut also was ist halt task for the next time äh richtig und hier kann ich jetzt runter springen im Prinzip theoretisch ja könntest du mach mal oh fiese Viecher so ja jetzt 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 oh jetzt ich bin schon wieder vergiftet Nimm einen Heiltrank, nimm einen Heiltrank. Oh, Scheiße! Scheiße, 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 Scheiße! Aber ich habe ihn, habe ich ihn nicht. Hast du? Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Bei dir alles gut, Schmunan? Überhaupt nicht. Wo bist du denn hin? Ach, da unten, ich sehe dich. Nein! Ich habe gerade noch links auf dem Bildschirm gesehen. Es waren zwei oder drei von diesen Sperrwerfern. Ja, richtig. Und ich habe vier Gold gedroppt. Ich kann mal gucken, ob ich da hinkomme. Dass ich das sicher irgendwie... So eine Schweinerei, wie viel Gold habe ich denn noch? Ich bewahre es so lange für dich auch. Meine verbliebenen drei Gold und sowas, die tue ich direkt hier wieder in die... Ja, ich habe alles zusammengefasst. In die Kniste. Genau. Ich guck mal, dass ich dir das vielleicht... Oh, oh! Dass ich das vielleicht sichern kann. Ja, okay, ich hab's. Sehr gut. So, Kupfer. Sehr schön. Ich hab's gesichert. Ach, ey. Wo sind die ganzen Ors hin? Die, äh, müssten dann in der anderen Kiste sein. Das ist doch eine Medusa. Medusa, äh... Weglaufen oder töten. Die... Genau. Am besten töten. Weil die, äh... Die macht Aua. Vor allem die macht dich zu Stein, wenn du, ähm... Wenn... Wenn die dich anguckt. Und von hinten kommt auch noch so ein Scheiß. Warte, warte, warte. Muss mal eben zubauen. Sonst, äh, sind wir... Kriegen wir sie nämlich gleich von hinten richtig hart. Wie bitte? Ja, ja. Aber der Schleim, der macht grad... Der macht grad richtig Palabra. Das ist gut. So. Oh, ich hab nen Gladiatorhelm gekriegt. Diamanten. Verdammt, wo haben wir denn der ganzen Kram hingetan? Da sind Diamanten. Genau. Zack. Jetzt kommt auch der ganze Ohrscheiß rein. Weg. 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 Smooth Marble Lock. Braucht kein Schwein. Wurfmesser hab ich. Marble Workbench. Na ja, ist ganz schön. So. Vielleicht können wir's bald. Hier ist ein Haken. Ich hätte noch ein, äh... Wie viel... Wie viel Abwehr haben eure Helme? Ähm... Zwei. 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 Okay. Und deiner? Einen Moment. Mein Helm hat zwei. Okay. Ich hab nen Gladiatorhelm. Der hat, äh... Macht auch zwei Abwehr. Äh... Falls den wer haben möchte. Also ich nicht, vielen Dank. Okay. Oh, hier oben kommt man da rein, zu den Herzen. Ne, doch nicht. Hahaha. Ist ne Wand. Sagt mal Leute, ich hab da ne Idee. Ja. Jetzt kommt's. Ach, du bist ja immer noch. Ich bin ja noch hier oben. Und wir haben doch einiges an Metallen. Besonders an Zinn. Ja. Obwohl, Moment, wir haben... Ne, ne, ist Lead besser als Zinn? Äh... Äh... Ich... Glaube ja. Das Zinnbreitschwert kann auch weg, denk ich, ne? Ja. Ein Holzbummerang, den nutzt auch kein Schwein. Ähm... Soll ich mal gucken, ob wir uns vielleicht neue Spitzhacken mal bauen können? Ja. Ich mein, wir haben 37 Goldbarren. Ja. Daraus lässt sich doch bestimmt irgendwas machen. Ja, das glaub ich auch. Ich mein, so Goldspitzhacken wären natürlich schon ein Knaller, oder nicht? Das stimmt. Dann, äh... Versuch mal, ob das geht. Oh! Ich bin so aufgeregt. Boah! Sniper, der penne mich da durch so ein kleines Loch weg, ey. Boah! Warte mal. Oh Gott, oh Gott! Ich könnte mir, glaub ich, gleich die Spitzhacke von Oma machen. Ah, ne, noch nicht. Goldspitzhacke, da. Noch wieder ein Gladiatorhelm. Alter Verwalter. Ein Goldhelm, vier Abwehr nur. Oh! 12, 24, 36. 36 Oars brauchen wir. Was? Ja... Und 37 Gold-Oars hatten wir. So, jetzt hab ich drei Goldspitzhacken, liebe Leute. Ja, sehr geil. Und alle drei für mich. So. Dann bring ich euch die teure Fracht mal runter. Mach das. Yippie! Aber ich mach mal eben meine... meinen Eingang hier zu. So. Sonst bin ich nämlich gleich schon wieder tot. Glaub ich. Wobei, ich bin heute, glaub ich, noch gar nicht gestorben. Richtig. Aber es muss dann auch erst einmal, ne? Äh, würdet ihr mal bitte der roten Gruppe beitreten? Aber selbst verfreilich. Wie denn? Äh, Escape. Und dann hast du rechts, wo deine, wo deine Rüstungsteile sind, äh, sind auch so sechs Farben. Ja, okay. Und dann drückst du da rot. Ach geil. Ah! Äh, bau zu, bau zu. Das haben wir noch nicht gemacht? Ah, das haben wir noch nicht durchgenommen, aber das blöd. Nein, ja. Ich hab nur gesagt, wie ich Treppen baue, aber nicht wie ich zubaue. Ach so. Ja, einfach mit, äh, mit Stein oder so zum Beispiel. Ich hab gedacht, ja, nee, ich komm dich mal besuchen. Ach, bist du jetzt oben, ja? Ja, ja. Cool. Ich hab jetzt, ich hab jetzt hier, glaub ich, so ein, äh, diese Crimson Ore gefunden. Und, äh, ich hab diesen, dieses Ding dabei von dieser, von dieser grünen Frau, die bei uns wohnt. Komm mal her, ihr Flake. Ja, ich scheitere schon wieder an der Tür. Ich habe was für dich. Ich habe was für dich. Ja, wenn ich die Tür irgendwann aufkriege. Nein, ich will das alleine machen. Geh weg. Ich muss lernen, alleine Türen aufzuöffnen. 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 Zack. Wenn es... Ah! Geh weg, geh weg. So, so aufkriegend. Jetzt komm hier rein, Mann. Also zu kriegst du sie. Ja, das ist total komisch. Ich krieg Türen zu, aber nicht auf. Ja, dann wirfst du halt das jetzt noch mal hin. So, hier hab ich jetzt was für dich. Das kannst du einfach nur benutzen. Und dann fliegst du zu... ... zur Möhre runter. Ja. Aber bevor du das machst... Erstmal möchte ich jetzt... Ich hab Goldbarren gefunden. Hier, hast du deine Goldspitzhacke. Yay! So, dann kannst du verwenden... ... was du... ... was auch immer du verwenden möchtest. Ja, aber... ... die Frage war jetzt... ... wie... ... ich hab Steinblöcke oder was... ... und dann baue ich einfach mit Steinblöcken was dahin oder wie... ... oder so einen Dreckblock. Genau. Genau. Ich verstehe. Wie, das... ... das wusstest du nicht? Nein! Das habt ihr vergessen mir zu sagen. Oh! So, jetzt hab ich diesen Trank. Ja. Und dann äh... ... musst... ... du machst einfach nur die Karte auf mit M. Und dann drückst du auf meinen Kopf. Ja. Wo ist denn dein Kopf? Da. Nein. Nein. Da bin ich gestorben. Da. Tadaa. Cool. So, wo ist er denn, der Möhre? Oh! Cool! Ich hab teleportet. Und in dem Moment ist... ... in dem Moment wurde Flake von... ... im Stein äh... Zau. Oh! Warte! Bleib hier! Warte. Ich hab jetzt diesen Trank nicht nochmal, ne? Nein, der ist alle. Geil. Scheiße. Ja, danke Möhre, ne? Ich hab gar nichts gemacht! Wo kann denn der Stein her? Ja, von oben! Ach, war's ne Falle, ja? Ist der noch aktiv? Ne, die hat sie ja ausgelöst. Klar. Hab mich wieder mal für die Gemeinschaft geopfert. Ich dachte, Möhre hätte da gebuddelt und dann wär mir ein Stein auf den Kopf gefallen. Ne, ne, na nach. Nein, 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 nein. Das hört sich nach Fudan an, Alter! Das klingt nicht nach dem Gameplay von mir auf keinen Fall. Ja, guck mal, mit den Goldspitzsacken kriegst er das Crimson auch weg. Ich wollte mich da gerade runterfallen lassen. Boah! Alter, Lachs geht da viel ab. also das dynamit ist deutlich wirkungsvoller als die bomben ja ich dachte ich dachte die machen ein bisschen weniger knall als die bomben zum glück hast du dir nicht daneben gestellt das geht doch nicht auch was schon ich hätte hier noch wo ist denn jetzt dieses rote sinora zeug das habe ich gerade abgebaut wie und was ist das und was war ich habe hier gerade eine mega gold ader gefunden deswegen deswegen haben wir dich auch wieder nach oben geschickt ich glaube dass das gold ist ich weiß nicht wofür man das crimson braucht also wo um was man genau hat dazu gebaut ich sehe es naja ich wo es ach ja pfleg ist ja ja was weiß die haben wir nach hause geschickt ich habe jetzt einfach mal eine druckplatte hingebaut und geht das mit der goldenen besser äh zumindest schneller ja glaube ich zumindest das ist aber eine große goldader hier ich glaube wolger sein nicht so irgendwie nicht so das gefühl habe aber man kann zumindest mehr abbauen ach ne das ist doch kein gold tut mir leid das ist 10 Uhr egal was war das denn was hat mich denn da jetzt weg katapultiert doch wieder vielleicht war es ein katapult was machst du denn da oben ich baue ab ja wie komme ich denn jetzt hier runter jetzt wo du das alles weggesprengt hast hast du eigentlich mein geld eingesackt ja hab ich das habe ich eingepackt da unten ist eine fackel aber wenn ich hier schon mal nochmal da bin dann werde ich das nutzen für eine kleine pause bis gleich tschüss so und da ist er wieder ja wo ist er denn da ist er alt und frisch in alter frische da da ich werde jetzt hier einen damm durchbrechen oh ich glaube ich bin weit genug von euch brecht den damm befreit den fluss oh hier unten ist ne ist da ist ne Truhe unter Wasser hier neben dem Grabstein was steht denn auf dem Grabstein gar nix wie gar nix ne gar nix steht einfach nur Grabstein oh ein Gold sehr gut zwei recall potions das ist auch sehr gut was waren denn nochmal recall potions dann komm ich mit nach Hause dann komm ich mit nach Hause ah oh oh nein oh nein gehst du fort und ich habe hier so ein ähm so ein Schnorchel gefunden siehst ihr den den ich hier hab nein oh ja doch damit kann ich jetzt unter Wasser atmen aber nur solange der über Wasser ist also hier verrecke ich da nicht mein Inventar ist auch einfach komplett voll ja die Lead Pickaxe kann ich wahrscheinlich einstampfen ja so das kann ich noch wegschmeißen den Dreckblock behalte ich nochmal Lead Ohr behalte ich nochmal Detonator kann ich nochmal wegschmeißen ich habe ne Taucher Uhr die hat ein plus vier Prozent Nahkampftempo ja die habe ich auch glaube ich diese